Reisen, Reisen. Sunset Stories. Präsentiert von Malik, dem Verlag für Abenteuer und Reiseberichte. Hallo und herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, Sunset Stories. Das ist der Ort, an dem ihr euch wegträumen könnt, in diese wundervolle Welt hinein. Mit Geschichten von uns, von Michael und mir, von Reisen, Reisen, der Podcast. Oder von befreundeten Reisenden oder anderen Autorinnen, die wir gut kennen und die wir sehr schätzen. Hört zu, macht vielleicht sogar die Augen zu, wenn ihr könnt, und träumt euch weg in Reisen, Reisen, Sunset Stories. Gute Reise. Paying two or three times that much. I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at midmobile.com slash switch, whenever you're ready. $45 up from payment equivalent to $15 per month. New customers on first three month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Werbung. Heute machen wir etwas Verrücktes, liebe Chefin. Oh, ich bin gespannt, Jochen. Wir machen Werbung für einen anderen Reisepodcast. Und zwar für Treibgut, Entdecke MV. Von DB Regio Nordost. Erstens, weil der Podcast mal so richtig Spaß macht. Und zweitens, weil wir riesige Fans von Mecklenburg-Vorpommern sind. Michi war ja schwer verliebt in die Müritz. Und es gibt dort noch so viel mehr. Bei Treibgut nehmen uns zwei immer wechselnde Reisebuddies mit zu den schönsten Ecken und geheimen Schätzen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie unterhalten sich mit Menschen, die für ihre Heimat brennen. Mal geht es mit dem Rad in die Rostocker Heide. Mal mit der Dreisine um den Pasewalker Lockschuppen. Und einen Kutschenführerschein mit Pony Paule haben die Podcaster auch schon gemacht. Das wäre doch auch was für dich. Oder ich hole mir ein bisschen Gänsehaut-Feeling bei der nächsten Folge über Bützo und das Kloster von Rühn, die am 5. Dezember erscheint. Ich sag nur, die Legende der weißen Nonne. Als Zugfan gefällt mir natürlich besonders gut, dass man alle Ziele des Podcasts ganz easy und nachhaltig mit dem Zug erreichen kann. Einsteigen, zurücklehnen und genießen, das ist genau unser Ding. Alle Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auf www.bahn.de. Aus Reisenreisen, wie wir die Welt entdecken wollen. Pures Glück. Ich fahre ins Allgäu. Als mir diese Worte zum ersten Mal über die Lippen kamen, erschrak ich und bemerkte eine körperliche Reaktion. Einen Stich ins Herz. Höchstwahrscheinlich die pure Einbildung und natürlich war nichts medizinisch Relevantes geschehen, aber ich spürte einen nicht definierbaren Schmerz in meiner Brust und dass in mir oder mit mir oder um mich herum irgendwas passiert war. In meiner Selbstwahrnehmung war ich eigentlich der Typ, der auf Partys ein bisschen damit angegeben hatte, dass er demnächst nach Namibia oder in den Kaukasus reise. Die Reaktionen waren meist die gleichen. Echt? Kann man da einfach so hin? Jetzt stand ich mit einem Grauburgunder aus der Pfalz in einem Garten eines Rhein-Endhauses von Freunden und sagte in die Runde, ich fahre ins Allgäu. In diesem Moment hatte ich eigentlich mit Gelächter gerechnet. Du? Ins Allgäu? Wirst du jetzt alt? Aber von all dem passierte nichts. Gar nichts. Im Gegenteil. Jemand raunte sogar sowas wie, oh Allgäu, das ist ja traumhaft. Da möchte ich unbedingt auch mal wieder hin. Kurz war ich unsicher. Meinen die das ironisch? Nö. Kein Unterton, keine Häme, kein Diss. Das Allgäu kam prima weg. Wurde als gut bis sehr gut besprochen. Es sei einfach herrlich dort, praktisch und so nah. Jahrelang, jahrzehntelang, wenn ich ehrlich bin, fast mein ganzes Leben lang, habe ich das Allgäu einfach ignoriert. Es als Rentnerparadies abgetan, da ist die Oma, da ist dieses Skispringen in Oberstdorf und das übertriebene Schloss Neuschwanstein. Nichts davon hat mich gereizt. Dann war ich eher zufällig dort. Ein kurzfristiger Wandertrip. Genau da oben, zwischen den Schönwetterwolken, sah ich sie. Gleitschirmflieger oder Gleitschirmfliegerinnen, das war aus der Entfernung nicht zu erkennen. Ich sah nur die majestätisch großen Bögen, die sie flogen und dachte, was müssen die für einen Blick auf die Landschaft hier unten haben. Und so reifte in mir an diesem beschaulichen Nachmittag ein für mich überraschender Gedanke. Ich wollte das auch. Das Allgäu von oben sehen. Erstaunlich, denn ich bin kein Gefahrensucher. Keiner, der den Adrenalinkick sucht und sich mit einem Bungee-Seil von Brücken in reißende Flüsse stürzt. Möglichkeiten dazu hätte es viele gegeben. Von meinen Reisen durch Neuseeland, Australien oder den USA wusste ich, dass an fast allen spektakulär schönen Flecken dieser Erde auch die dazu passenden Adrenalinkicks angeboten wurden. Das Allgäu war offenbar eine Gleitschirmhochburg und ich konnte mir plötzlich vorstellen, das zu probieren. Gleich am nächsten Tag lief ich wagemutig bei einem Gleitschirmfluganbieter auf und machte klar, ich will fliegen. Man begutachtete meine 1,97 Meter und gab mir schnell zu verstehen, für einen Tandemflug bräuchte man einen Piloten in meiner Größe und Gewichtsklasse. Oder einen, der verrückt genug sei, es auch ohne diese Voraussetzungen zu versuchen. Eine Stunde später stand ich mit Option Nummer 2 auf dem Gipfel des Nebelhorns. Über 2000 Meter hoch, die Schuhe im Schnee, die Aussicht der pure Wahnsinn. 400 Gipfel und ganz in der Ferne der Bodensee. Wir können fliegen, mein Freund, aber du mit deinen langen Beinen musst starten, sagte plötzlich der Typ neben mir. Mein Tandemflugmaster. So heißt der Pilot, der im Gurt des Schirms hinten sitzt, wenn der Passagier vorne hängt und die Aussicht genießt. Normalerweise. Wegen des Größenunterschieds müsste ich meinen Master-Huckepack nehmen, Richtung Klippe rennen und springen. Stopp! Das hörte sich nicht nach dem Traum von Fliegen an, sondern wie ein echter Albtraum in den Alpen. Er lächelte mich an, die Zähne weißer als der Schnee. Er zwinkerte mir zu. Okay, dachte ich, er ist wirklich verrückt. Ich fragte, was ist, wenn ich kurz vor der Klippe stolpere? Da geht es 2000 Meter runter. Sein Grinsen wurde noch breiter. Da klang wie Arnold Schwarzenegger in den Terminator-Filmen. Aber statt Asta la Vista, Baby, sagte er nur trocken zu mir, du stolperst nicht. An den Absprung kann ich mich nicht mehr erinnern. Mein Gedächtnis hat diesen Moment gelöscht. Aber alles danach werde ich nie vergessen. Pures Glück. Ich flog. Ich drehte Kreise über den Alpen. Nach ein paar Sekunden fühlte ich mich sicher und geborgen. Mein Master, der in seinem Leben mehrere tausend dieser Flüge gemacht hatte, rief euphorisch, ist das nicht der Wahnsinn? Und spätestens, als ein Adler mit uns Richtung Oberstdorf flog und ich auf die Skisprungschanze zuschwebte, musste ich an das alte Graffito denken, das ich mal in Australien auf einem wirklich abgerockten Camperband gesehen hatte. The more you say yes, the more you have fun. Damit würde ich enden. An den Absprung kann ich mich nicht mehr erinnern. Mein Gedächtnis hat diesen Moment gelöscht. Aber alles danach werde ich nie vergessen. Pures Glück. Ich flog. Ich drehte Kreise über den Alpen. Nach ein paar Sekunden fühlte ich mich sicher und geborgen. Mein Master, der in seinem Leben mehrere tausend dieser Flüge gemacht hatte, rief euphorisch, ist das nicht der Wahnsinn? Und spätestens, als ein Adler mit uns Richtung Oberstdorf flog und ich auf die Skisprungschanze zuschwebte, musste ich an das alte Graffiti denken, das ich mal in Australien auf einem wirklich abgerockten Camperband gesehen hatte. The more you say yes, the more you have fun. Das war Reisen, Reisen. Wie wir die Welt entdecken wollen. Von Michael Dietz und Jochen Schliemann. Erschienen im Malik Verlag. Gute Reise. Reisen, Reisen. Sunset Stories. Präsentiert von Malik. Dem Verlag für Abenteuer und Reiseberichte. Mein Vater arbeitet in B2B Marketing. Er kam bei mir für Karriere Day und sagte er war ein großartiges Arzt, dann sagte er alle, wie viel er liebte, kalkuliert sein Geld auf Adspend. Meine Freunde sind immer lachen, mich zu diesem Tag. Nicht jeder kriegt B2B. Aber mit LinkedIn, du kannst dich erreichen, die Leute zu tun. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be to be.